Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Tech Battle, Folge Nummer 96. Heute gibt es erneut richtig coole und grandioses Setups. Damit, meine Freunde, wünsche ich euch viel Spaß und wir legen los. Let's go! Dein PC ist langweilig und öde? Das muss nicht sein. Mit RGB-Beleuchtung, gesleeveden Kabeln und Sleeves für AIO-Wasserkühlung von CableMod wird dein PC zu etwas ganz Besonderem und zu einem echten Highlight. Alles, was du brauchst, findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Es wird ja gemunkelt, dass genau jetzt geklärt wird, wer es in die heutige Folge so reingeschafft hat. Und das sind Manuel, Lawrence, Marcy und Jean-Luc. Herzlichen Glückwunsch, meine Freunde, vielen Dank für eure Turnhema. Und das Wortding zur letzten Ausgabe der Game, das Setup von Josef hat euch am besten gefallen. Wir legen los mit einem Setup von Manuel. Wir legen los mit einem sehr mächtigen und wuchtigen Setup zugleich und zwar in einer Konstellation, die wir so an sich nicht allzu häufig sehen. Und zwar sehen wir zentral einen 55-Zoll-Fernseher von Samsung mit UHD-Auflösung und dazu gibt es links als auch rechts noch einen kleinen 24-Zoll-Curve-Monitor von Samsung. Unterhalb des Samsung-Fernsehers sitzt dann noch eine Samsung-Soundbar und auf der linken Seite dann zu sehen ein Apple iPad Air 2 mit einer Tastatur. Tastatur ist ein gutes Stichwort und zwar gibt es hier die Mad Cat Strike 7 und als Maus die Logitech G502 und diese befindet sich auf einem SteelSeries Mauspad. Was bei einem solchen Setup natürlich nicht fehlen darf, ist ganz klar der PC und dieser besteht aus einem i7-6700K und einer GTX 1080 Ti oder 1080 Ti Gaming X von MSI. Und das Ganze wurde verbaut in diesem sehr mächtigen, passt auch irgendwie zum restlichen Setup, mächtigen Corsair 780T Graphite. An sich gefällt mir das Setup sehr gut, gerade auch von der dekorativen Gestaltung, Pflanzen links und rechts und dazu noch die Beleuchtung. Zum Kabelmanagement kann man nur sagen, da geht noch was, so ein bisschen hier und da. Bis auf das Kabelmanagement und den in meinen Augen etwas zu groß geratenen Hauptmonitor mit 55 Zoll, würde ich sagen, passt das Ganze soweit. Ich könnte mir vorstellen, auch hier beispielsweise das 55 Zoll Gerät zu tauschen gegen ein 21 zu 9 34 Zoll Gerät. Das ist zwar erst einmal ein gigantischer Sprung nach unten, was die Auflösung bzw. auch was die Bildschirmdiagonale angeht, aber würde in der Summe halt wesentlich attraktiver aussehen und vor allem vom Sichtabstand her optimal passen. Loren zeigt uns hier sein Dual Monitor Setup mit zwei ISO-Geräten. ISO-Geräte super extrem selten bei Tech Battle oder allgemein super selten. Und dazu gibt es dann noch als Tastatur die Razer Black Widow von 2014 als Maus, eine Razer Naga Hex und als Mauspad das Razer Goliathus. Das Headset stammt von Logitech und zwar hört es auf den Namen G633 und als Kopfhörer gibt es noch welche von Audio Technica. Wir sehen auf der linken Seite noch ein Notebook von Lenovo und außerdem noch ein Tablet und zwar das Samsung A6. Und ansonsten soll es das eigentlich zudem auf dem Schreibtisch gewesen sein und damit kommen wir zum PC. Und dieser besteht aus dem i7-4790K und einer GTX 960. Okay, die Konstellation kann man machen, was halt in meinen Augen absoluter Schwachsinn ist. Und das würde auch hier wieder einmal für eine typische Fertigkonfiguration sprechen. Eine K-CPU auf einem H81-Mainboard, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Absoluter Quark, aber was soll man machen? Manchmal ist es halt so. Und das Case ist in dem Fall übrigens eines von Deepcool. Unabhängig davon ist das Setup an sich echt cool gemacht. Was ich mir hier vorstellen könnte als Verbesserung, beispielsweise beide Monitore wirklich mittig auf diesen sehr schönen großen Schreibtisch zu positionieren und nicht irgendwie so rechtslastig. Klar, da geht auf jeden Fall links ein bisschen Platz verloren für beispielsweise Tablet und Notebook. Aber das kann man in dem Fall alles super aufteilen. Und ja gut, auch die Beleuchtung ist halt wieder mal Geschmackssache. Rot und Grün, naja, muss man da wirklich lieben. Auf eine Pflanze wurde hier grundsätzlich erst einmal verzichtet. Kann man auch so lassen. Das würde in dem Fall nicht wirklich viel ändern bei diesem Setup. Und ansonsten ist auch hier das Ganze von der allgemeinen Gestaltung, beispielsweise mit Bildern, erst einmal sehr schön gemacht. Das war das Setup von Lawrence und es geht weiter mit dem Setup von Marcy. Auch hier wieder ein sehr interessantes Triple-Monitor-Setup. Und zwar zentral zu sehen ein Samsung-UHD-Monitor mit 28 Zoll. Und links als auch rechts jeweils ein 24 Zoll-Gerät von BenQ mit Wandmontage. Und direkt darunter dann die Kabelkanäle für die entsprechenden Kabel. Kommen wir damit zur restlichen Peripherie. Und zwar sehen wir zunächst einmal noch die Corsair Strafe RGB. Als Maus gibt es noch eine Rocket Cone Pure. Und diese befindet sich auf einem Rocket Kanga Mauspad. Als Lautsprecher gibt es hier die Bose Companion 2 Series 3. Und als Kopfhörer die Bose QCK 15. Und damit, meine Freunde, kommen wir letztendlich auch wiederum zum PC. Und dieser besteht aus dem i7-4790K zu 4,6 GHz. In dem Fall hier, laut Marcy geköpft. Und dieser wurde wiederum kombiniert mit einer EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Gaming. Das Ganze ist einfach super sexy. Das Ganze wurde hier verbaut in dem... Ja, und das Case wurde hier leider nicht weiter beschrieben, beziehungsweise im Detail genannt. Ein Fantex ist es auf jeden Fall. Aber weitere Informationen habe ich in dem Fall für euch nicht. Und mir fällt es leider auch aktuell nicht ein, was das für eines ist. Das gesamte Setup ist in meinen Augen echt cool gemacht. Gerade die Beleuchtung ist super simpel, aber sehr effektiv in dieser Ecke hinter dem zentralen Monitor. Und das Kabelmanagement ist, bis auf die Kabel von Maus und Tastatur, einfach exzellent. Gut, Maus und Tastaturkabel sind halt einfach da und irgendwie auch sichtbar. Aber gerade diese beiden Kabelkanäle unter den Monitoren links und rechts ist einfach super geil. Alles in allem ein sehr schönes Setup. In meinen Augen, was sagt ihr dazu? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und damit kommen wir zum letzten Setup für diese Folge. Jean-Luc war bereits in früheren Folgen dabei und in meinen Augen halt wirklich sehr schön zu sehen, die Entwicklung eines Setups. Was hier nach wie vor super interessant ist, ist natürlich ganz klar die Beleuchtung in Kombination mit diesen Monitoren. Und zwar sehen wir hier zentral erst einmal einen 34 Zoll Monitor von LG als 21 zu 9 Gerät. Und links als auch rechts jeweils wiederum ein 24 Zoll Gerät von ManQ mit Wandmontage. Wir sehen außerdem noch die Rocket Isco als Tastatur und als Maus an Rock'n'Tie. Beides befindet sich auf einem Glorious PC Gaming Mousepad. Was das Thema Kopfhörer bzw. Headsets angeht, war Jean-Luc auf jeden Fall einer derjenigen, der immer sehr viele davon hatte. Und so ist auch heute wieder das Ganze gegeben. Und zwar mit einem Logitech G933, einem Logitech G430 und einem Audio-Techniker. Was ich sehr cool finde beispielsweise ist dieser kleine 3D gedruckte rasender Falke als dekoratives Element. Finde ich wirklich sehr schön. Und ja, damit kommen wir zum PC und dieser besteht aus dem Fracture Design, die Fine R5. Und dann ist verbaut ein i7 und eine Zotac GTX 1080. Von der Beleuchtung muss ich wirklich sagen, hat es Jean-Luc sowas von drauf. Immer wieder diese Konstellation aus Beleuchtung und Wallpaper, die Farben davon zu kombinieren, ist einfach super schön. Was in meinen Augen passt, ist die Konstellation aus Kabelmanagement und Beleuchtung. Was halt wie gesagt gar nicht geht in meinen Augen, ich könnte mich da wirklich stundenlang drüber aufregen, ist die Konstellation der Lautsprecher. Ansonsten finde ich das Setup nach wie vor super schön bzw. sehr attraktiv. Gerade von der Beleuchtung her einfach genial gemacht. Wie du das gemacht hast, Jean-Luc, würde mich brennend interessieren. Kannst du mich dazu gerne mal über Facebook kontaktieren. Das, meine Freunde, war auf jeden Fall eine sehr interessante Tech-Battle-Folge mit sehr interessanten Monitor-Setups bzw. Konstellationen. 55 Zoll und 24 Zoll, krasses Ding auf jeden Fall, kann man machen, muss man aber nicht. Und ja, ich würde sagen, wir lassen es einfach dabei und schauen einfach mal, was die Zukunft so bringt. Vor allen Dingen auch, welche Setups wir noch so sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Die steht es und ihr kennt es natürlich in den Startlöchern. Und bis dahin eine entspannte, harte Zeit. Bis neulich und genau. Ciao.